Huh, ja, guten Abend bzw. guten Morgen, je nachdem wann ihr es guckt. Und herzlich willkommen zum heutigen Mitopia-Stream. Äh, letzte Woche wieder aus, weil ich einfach mal eine Woche Pause von Mitopia haben wollte. Und, ja, anhand des Titels vom Stream oder eventuell sogar beim YouTube-Video, könnt ihr ja erkennen, um was es heute geht. Äh, eine der Nebenquesten war, dass man irgend so eine Geistervilla soll. Und ich habe die Rolle schon zugewiesen zu dem Charakter, der uns auf dieser wunderschönen Nebenquest begleitet. Den wunderschönen Graf Arkaia. Es gibt noch einen Arkaia. Naja. Warum sieht er so aus wie er aussieht? Ganz einfach, er ist irgend so ein Vampirlord, war die Beschreibung. Und er soll ja ungefähr so ein Gegenstück zum richtigen Arkaia sein. Das mache ich ja eigentlich auch schon aus dem Grund, weil ich zu jedem meiner Kollegen einen Counterpart hatte, also so einen einzelnen Tiefenpart. Und zu Arkaia hat der noch gefehlt. Ich wollte da ein bisschen Fairness haben. So. Und es wird auch hauptsächlich darum gehen, dass wir diese Nebenquiz heute erstmal machen. Und eventuell sogar noch in diesen Himmelsturm reinschauen, wo wahrscheinlich das Endgame stattfindet. Und da werden wir uns dann heute dran setzen. Ich habe mit den Tickets meine Kameraden hier noch ein bisschen aufgelevelt. Und ich habe jetzt, bevor wir losgehen, auch nochmal vor, ein paar Tickets rauszuballern. Weil man hier eine großzügige Portion Erfahrung kriegen kann. Und da die Chance sogar sehr groß für ist. Aber bevor das hier gemacht wird, ich setze mich einfach mal eben kurz zum Pferd für den Fall, dass wir Luxustickets kriegen. Bei das Heldenmikro, das habe ich dem Extreme schon gegönnt. Und dann kriegen wir wenigstens Geld für die linke Seite. Unsere Haupthoffnung besteht natürlich darin, die großzügige Portion Erfahrung zu kriegen, die nicht in der Hauptparty sind, ein bisschen aufladen können. Und großzügige Portion Erfahrung. Wer ist gerade am weitesten hinten? Arkaia. Ich will so versuchen, die mindestens alle auf 22 zu boosten. Hängt aber natürlich davon ab, wie sehr ich auch diese Tickets dafür genutzt bekomme, ne? So, der schliegt jetzt mit zwei am weitesten hinten. Also kriegen die jetzt. Und wieder darf einer leveln. Diesmal der Priester. Oh, der hat Zorn der Erde gelernt. Leite in Zorn der Natur in einem Freund, der dann auch wütend wird. Er kann jemanden in den Enrich-Status verpassen. Okay. Okay, Sven. Mal unsere Kameraden wütend. Ich würde eh schon. So. Arkaia. Und ihr beide raus aus dem Team. Er hier darf mit. Die drei. Ich würde Arkaia eigentlich gern für eine Runde irgendwo mal mitnehmen. Ich kann mir aber auch gut forschen, dass ich vom Spiel wieder gepeinigt werde. Und dann so knapp vor Ende mein Team nochmal aufgespalten wird. Das wäre typisch für das Spiel. So. Ich bin schon hier in Watz zum Geier mit unserem Vampirlord Arkaia. So, jetzt muss ich erstmal den Weg da hinten finden, weil ihr seht da schon. Da ist das Geisterschloss. So, ab ins Geisterschloss. Einfach auch, weil das ein neues Biom ist, beziehungsweise ein neues Kopffeld. Wir machen hier natürlich alle Wege, ne? Und ich bin gespannt, was dieser Vampir-Dude kann. Will er mal Capra? Allein deswegen wollte ich diesen Nebenkiss machen. Einmal, weil es, äh, ein neues Gebiet ist. Mir gefällt auch die Hintergrundmusik hier. Und danke für die Abzweigungen. Ich will irgendwelche Geistergegner hier bitte haben. Ich zähle auf euch. Ja. Aber nicht auf Pall. Hier sind die Gemäldegegner. E, eine Dame A und B. Okay. MP-Berbogen lutscht und gucken, was die können. In den Blick mal wieder woanders hin. Wird gewarnt. Und es nützt, äh, auch mal was, ihn zu wachen. Normalerweise wird er immer getroffen. Okay, sieht man dasselbe wie die normalen Gemäldebosse. Oh, dieser Voll-ins-Auge-Anlauf, der ist richtig geil. Oh, die halten gut was aus. Wow, das ist echt ne Kunst. Hei genießt diese Kunst einfach. Giftnebel. Okay. Er ist, äh, er ist nützlich. Er kann sie höchstwahrscheinlich vergiften. Um Gottes willen haben die viel Leben. Mega Explosion. Immer muss ich Sunny wahren. Dieser verträumte Lümmel. Ja, Leute, ich weiß, dass ich sie buffen kann. Das muss mir keiner in die Kommentare schreiben. Das weiß ich selber. Boah, die bringen ja, äh, fast alle 2000. Der hat bestimmt irgendwelche Geheimnisse. Oha. Ich habe eine mysteriöse Flasche gefunden und werde sie jetzt schlucken. Ich trinke das trotzdem. Ha, erfrischend. Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. So kenne ich Sunny. Immer wieder Kätzchen knuddeln. Und dann schläft er dabei ein. Ja, da hat der Graf echt recht. Die Hintergrundmusik hier ist toll. Und warum nur Yannick? Oh, der ist ein Gruppenschläger an sich. Und was kämpft er denn da? Ist das ein Fächer? Ist das vielleicht irgendwie so ein Outfit, was die Prinzessin später bekommen hätte? Und will einer was? Nö. Warum denn auch? Warum sollte einer von euch Ausrüstung haben wollen? Das wäre doch nützlich. Dann würde das ganze Spiel doch nicht stimmen. Wenn ihr irgendwas Sinnvolles mal tun würdet. Ey, das Spiel wäre um 100% einfacher. Könnte ich einfach bestimmen, was meine Kameraden machen. Aber so kann ich mich wenigstens besser über die anderen aufregen. Das ist halt auch so ein Gutes. Jetzt habe ich 66.000. Und kann es nicht richtig verwerten. Ich kann ein Kompromiss für den Aftergame-Content machen. Wenn der interessant ist, dann bringe ich den auf YouTube. Auf Twitch wahrscheinlich nicht mehr. So, das Künstgebäck. HP und MP. Bevorzugt Yannick. Der braucht dringend MP. Deswegen setzt er seine Techniken auch so gut wie nie ein. Weil er einfach keine MP hat. Der hat nur 43. Die anderen haben vergleichsweise irgendwie 60. Ich habe sogar 100. Das liegt aber auch daran, dass ich das ganze Spiel drin war. Oh, die Villa ist ja recht kurz. Der Graf ist dankbar für das, was wir tun. Dafür, dass wir die Skelette verprügeln. Oh, neue Technik. Tödliches Geflüster. Ich setze es ein. Und das ist sogar ein Gruppenangriff. Weißt du, er setzt es ein und wir sehen die Wirkung nicht. Ein Notfall, wer ist krank? Der Yannick ist krank. Na gut, dann kommt Akaya so lange mit. Hm? Ich sehe schon wieder alle einen Start. Oh, das ist mein schlimmster Heimtoon. Ja, ich mache für immer ein Nickerchen. Ey, letztens habe ich mit Sunny einen Film geguckt. Also, der war hier bei mir. Und der ist einfach mittendrin eingeschlafen. Ich hatte das erst nach einer halben Stunde bemerkt, dass er eingepennt ist. Der hat sich dann so entschuldigt. Oh, ich bin auch so sehr weggenickt. Das hat halt so hart gerade gepasst. Nein. Obwohl, doch. Nur Sunny. Sunny ist ein tolles Munitionsgeschütz. Ja! Jetzt weiß ich, warum die Freundschaft von den beiden nicht on fly ist. Bekannte Party gelernt. Füttert das Team Schaf. Flammen werden bald alle Gegner umhüllen. Der will uns alle auf die Palme bringen mit scharfen Essen. Ich will es sehen. Immer piekst er uns mit Tränen in den Augen. Weil er weiß, dass dieser Spaß irgendwann endet. Ja, nicht Quillibau und nicht gesund werden. Doch, jetzt, wo ich es angesprochen habe. So, jetzt müssen wir die rechte Seite noch machen. Aber zuallererst... ...gönne ich mir jetzt diese Kiste. Bevor einer wieder von denen krank ist. Und was ist drin? Oh, ganz viel Essen. Da war ein Buffet drin. Das war jetzt hoffentlich nicht alles. Oh, da ist die große Kiste. Mit einer Reißverschlussrobe. Was ziehe ich mir hier denn an? Ich habe eine Reißverschlussrobe an. Ich hebe mich von den anderen ab. Hm. Die wollen schon wieder was. Oh, Dave hat ein Geschenk für den Exorzisten hier gekauft. Ich will einkaufen. Ich habe was für dich. Das ist aber echt klein. Gib schon, gib schon. Einen Silberring. Den mag Exorzisten. 1.065 Leute gerettet. Jetzt kann ich 560 AP heilen. Ja. Nächstes Mal bei 1.700. Ich weiß. Oh, das war mein Hund. Das ist ein MP-Bonbon. Jetzt machen die 160 AP. MP. Wir heilen eh mehr, als wir alle haben. Und wahrscheinlich beim Endkampf haben werden. 10 weitere in Bill-Bonbons. Und das ist wahrscheinlich bei 200. Ich wäre ein Geisterboss. Zumindest irgendwas Spezielles als Belohnung. Das ist ein komisches Ding. Ah, der Geist. Los geht's. Das ist aber ein komisches Etwas. Ploppuppe. Okay. Wenigstens Mal ein sehr interessanter Boss. Ich booste nicht, weil der Kampf dann eh nicht vorbei wäre. Ich barriere erstmal bei mir selber. Dieses Gefühl ist er. Ja, damit wir ihn eher noch schneller abdecken. Der Blick. Okay. Es macht eine Giftwelle. Ich denke, wir können das mal getröstet. Man kennt es. Ich weiche eh immer aus. Alle zeigen dann doch mit Palbanta. Das Ding ist schon tot. Ich glaube, ich war zu stark für diese Nebenquests. Puppenpfeffer habe ich erhalten. Ach du meine Güte, war das eine große Tour. Aber jetzt habe ich mein Haus zurück. Hm, zur Belohnung. Wie wäre es hiermit? Das war eigentlich ein Familienerbstück. Aber ich finde, du hast es dir verdient. Pläne Amulett erhalten. Bitte dann. Auf Wiedersehen. Ich habe die Quest von Graf Akaia abgeschlossen. Und was bringt mir dieses Amulett? Hm? Der Belohnung hat angefangen zu leuchten. Die Macht des Horrors. Vampirkräfte erwachen. Ach, jetzt habe ich wahrscheinlich schon eine Vampirklasse freigeschaltet. Ja, habe ich auch. Wenn die neue Klasse erwacht, du kannst jetzt die Klasse Vampir auswählen. Damit habe ich die Macht über die Untoten. Ist bestimmt auch eine interessante Klasse. Aber ich werde sie nicht nutzen. So. Es war Zeit für den Himmelsdom. Wir haben alle Himmelsdom-Juwelen. Und das bedeutet was? Wir sollten den Himmelsdom betreten können. Und dann. Tschüss, dunklerer Fürskai. Und zwar endgültig. Haha, aber dieser Kai. Ich dachte, ihr werdet befreundet. Schon. Aber du würdest trotzdem gegen ihn kämpfen? Nein. Ich weiß, eine ganz schwierige Entscheidung. Natürlich. Kai hat es aber sicher noch schwerer. Dann ist der Kampf die einzige Wahl. Ja, stimmt. Gut, dann bringe ich euch hinunter. Danke. Viel Glück, Shining. Ich finde es schön, dass er wenigstens noch mal was sagt. Und nicht einfach nur ein sprachloses Mount ist. So. Jetzt geht es endlich rein in den Himmelsdom. Das ist ein wunderschönes Gesicht. Also los, Leute. Rein da. Da geht es wahrscheinlich irre weit hoch. Himmelsturm. Also dann. Hey, Shining. Das ist der dunklere Fürskai. So hört man sich wieder. Nett, dass ihr mal vorbeischaut. Ihr habt einen weiten Weg auf euch genommen. Dann zeigt mir, was ihr drauf habt. Ah. Ach süß. Eines solltet ihr auch noch wissen. Ich habe ein oder zwei Freunde zum Turm gezaubert. Heute euch auf ein lustiges Wiedersehen. Mwahaha. Wahrscheinlich muss ich gegen alte Bosse noch mal kämpfen. Und dann Stille. Oh, spreche mir auf. Ich muss übrigens nichts dafür drücken, dass sie gerade eben so ausgerastet sind, ne? Oh. Oh. Ein Norotschi. Du siehst cool aus. Mega Feuer. Pam. Los, Janik. Hau ihm eine runter. Junter. Äh. Es hat ihn spielt mit dem Norotschi so, dass wir gar nicht sehen, was der kann. Er kam gar nicht dazu, seine Techniken zu zeigen. Wir haben eine Schlange bekommen als Essen. Okay. Janik hat was auf dem Boden gefunden. AP-Banane. Legt mal einen Zahn zu. Feuerdämon. Da muss ich erstmal eine AP-Banane futtern. Das kann übrigens sein, dass ich, äh, Offscreen noch mal spielen werde. Einfach nur, um die AP-Banane noch mal ein bisschen zu boosten. Janik ist nervös. Guckt euch den Janik an. Er weiß nicht mehr, wohin. Janik ist anhänglich. Bitte geh nicht. Finde ich gut. Oh, das war wirklich ein One-Hit-Four-Technik, dieses tödliche Geflüsse. Endlich hat es mal was gebracht. Und dann auch noch halt auf alle, ne? Das ist besser als bei dem, äh, einen hier. Beim Priester. Och, Mann, Janik. Janik. Ich suche mal den armen Pall in Ruhe. Auch wenn es eure Freundschaft steigert. Ich lass ihn mal schlafen, dann ist er eventuell geheilt. Er ist gut gelaunt und voller Energie. Macht einen Tankangriff mit Pall. Immer ist Janik so anhänglich. Schlange Müllerin. Erhöht der MP und Magie ist eigentlich was für mich? Würde ich's mögen. Vor allem erhöht das nicht mal was Gutes. Das war ja ein Millimeter, selbst ohne den Debuff. Weißt du, du erwartest hier dieses Endgame-Food. Alter, jetzt halt nicht, dass es immer so ein Millimeter nur geht. Dann dauert das ja ewig. Kristall und lila Kristall. Okay. Äh. Ich spreng euch einfach mal. Okay, ihr haltet meine Explosionen aus. Und ihr teilt echt gut aus. Brumm. Okay, die lila Kristall sind die Schwächeren. Die Blauen sind die Starken. Hitze Geschosse. Ich wurde eine AP-Banane. Oh, durch Sunny. Oh, für wahr, nicht dich. Level Up für mich. Oh, Bonus-Erfahrung. Äh. Ich guck grad, wer am weitesten hinten liegt. Janik. Eiskaltsalat. Seit ihr den Plops wahrscheinlich für, äh, stärkere Version von diesen Pommes, die es im Fähendorf gab. Alle helfen, Janik, bei seinem Brumm. Die sind auch geploppt. Kiste. Mit drei Spielscheinen. Nochmal mehr. Ich weiß noch, ich nicht mehr wohin damit. noch eine Kiste. 87 Gold. Taschengeld. Leute, ich hab 70.000 fast. Das ist wirklich Taschengeld. Angebenswegelehrt. Ursache Riesenschaden bei Gegnern und ein schöner mächtiger Eindruck. Okay, Stufe 38 hat auch nochmal einen Sinn. Ja, jemand will was gekauft haben. Er will eine Seeanomone werden. Darfste. Du darfst, Sven. Du bist eine rote Seeanomone. Du bist auch ein Blümchen. Ein Unterwasserblümchen. Oh, die sieht cool aus. Hier, Kaya. Sei meine Traube. Das war meine Blackberry. Zool? Die Person kommt mir irgendwie bekannt vor. Alles gut? Ach, der ist schon wieder. Hilfe! Und auch wenn ich jetzt gegen den dunklen Fürsten nochmal kämpfen muss. Ich hab dein Gesicht doch gerade vor kurzem erst gerettet. Mein Gott. Mega Feuer. Jetzt werden unsere Gesichter wieder gemobst. Ey, ich buffe unsere Leute einmal weg. Sofort. So. Ultra. Ach, Sunny sollte ich eigentlich nicht ultra buffen. Ne, bei mir ist es sinnfrei. Und ich gebe uns allen einmal den Schutz. Und wenn, äh, schützt das ja von den Gesichtern klauen. Es hat auf jeden Fall davor geschützt. Äh, Sunny einmal in die Ruhe. Jetzt holt ihn, bevor er durch den Alpraum Schaden kriegt. Und immer wieder Mega Feuer. Ja, der hat nicht viel Leben. So. Der ist aufgewacht. Ja, der, in das Phantom kriegt er richtig auf die Nase. Was auch gut so ist. Alle Elfen, Pall. Äh, der Stinn-Ultra-Schal bringt hier ja gar nichts. Ich wegge erstmal, äh, den Yannick. Eventuell knallt den Pall dann direkt eine. Erster Beistand. Angeben zwei. Reutematives Angeben. 173. Ich hab gut angegeben. Sunny und ich, wir machen das schon. Toll, jetzt werde ich in einem Alpraum gelockt. Und werde direkt wieder aufgeweckt. Ich fotte eine Abheber-Nahne. Das war zu heftig, der Schlag. Janik muss zum Schlagen hier halten. Ah, er ist schon wieder tot. Hopp-Dong. Ultima Tessel. Mal wieder. Und Sol. Wir haben dich gerettet. Mein Gesicht ist es wieder da. Entdunkelter Fürst Sol. Uff, das war schlimm. Erinnerst du dich an mich? Äh, ja. Der dunkle Fürst. Genau, aber das ist alles lang vorbei. Jetzt bin ich ein Normalo. Denn sieh, das Engel, äh, des dunklen Fürsten hat mich befreit. Vom dunklen Fluch. Der dunkle Fürst hat Schreckliches getan. Aber das konnte ich alles nicht beeinflussen. Bitte glaub mir das. Ich glaube dir. Sag mal. Du wirst diesen neuen dunkleren Fürsten bekämpfen, stimmt's? Stimmt genau. Nee, ich lege viel an eine Art Wiedergutmachung. Willst du meine Hilfe akzeptieren? Ja. Natürlich. Ich hoffe, du bist so richtig useful. So, Exo. Er möchte mal Troschka-Talala. Nee, der ist auch gut. Ist gegönnt. Kau wie dir. In der Originalfarbe, bitte. Der sieht jetzt richtig aus wie eine alte Oma. So, doch mal mit Zanzi spielen. Ja. Vorhang auf. Lass uns gleich anfangen. Das ist einfach das Spiel von allen. Es gibt drei Fragen. Fangen wir an. Ich nutze auch auf keinen Fall den Stopp. Das war Scherber. Richtig. Äh. Das war Toad, oder nicht? Ja, ich kenne doch meine Soldaten. Fabian? Ich habe halt vielen keine Rolle zugewiesen. Glückwunsch. Du hast nicht Glück geschlagen. 5 MP Bonbons. Die beiden eine Vollheilung sind. So, hier rein. Nein. Nicht sowas schon wieder. Ich wusste, dass es passiert. Ich hatte es ja auch beschworen. Ich hatte es sogar angesprochen, dass es passieren würde. Und ich lag richtig. Also, wen hole ich ins Team? Beziehungsweise, wen lasse ich raus? Das sind alles drei Gruppenschläger. So, Dave will eine Knochenkloft. Ist gekauft. Die sieht geil aus, Dave. Bist der blaue Knochen. So, und Yannick will eine Muschelrüstung. Okay, die sieht jetzt nicht so episch aus. Aber wenn es dir gefällt, Yannick. Enorgen. Für unseren Schwenni. So, den Schwenn wollte ich mitnehmen, weil ich diese komische Zonne Natur einmal sehen wollte. Und ich würde sagen, wir nehmen ansonsten, glaube ich, McStream mit. Da können sie beide mal ihre neuen Techniken zeigen. Ich glaube, ich mache heute jetzt noch so weit, dass die sich wiedergefunden haben, die beiden Truppen. Ja, ihr beiden. Ich würde dich als Popstar gern was fragen. Ja? Du hast doch sicher auch Monster mit dem Mikro. Geht das Gerät dabei nicht kaputt? Nein, aber sowas kann Songaufnahmen versauen. Verstehe. Okay, ein leistungsständiges Mikrofon ist besser als meins. So, McStream haut drauf. Knorrr. Neue Technik. Zorn der Erde. Die Erde ist wütend. Zorn der Erde. McStream ist ebenfalls wütend. Okay, Soul ist useful. Er wirft einen Stein und macht einen Schaden. Wer hat wohl das Party-Mitglied? Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Jetzt kann Dave ruhig verschwenden rein. Oh, Brillen-Banshee. Nochmal eine neue Version von der Banshee. Ey, die konnten beide schon nicht zeigen, was sie können, ne? Ich mache jetzt ein, wenn das, äh, Janik hier schläft. Die anderen beiden, die können ja eh nix. Okay, er wurde in den Sinn geweckt. Ich werde von Span getröstet. Man kennt's. Voll ins Auge auf eine der Banshees. Ah, er singt sein Liebeslied für uns. Haben jetzt alle hier... Ja, 32 mit ihm. Weil ich mit Janik 32 hab. So, und der Plopp, der piekst auch nur ganz normal zu. So, Freundschaft. Danke, dass du so ein wertvolles Mitglied für die Party bist. Jetzt sind wir hinten dabei, ne? Und Gast aus. So, Sven tausche ich jetzt aus, weil der ist als, äh, heiler eh, useless, äh, äh, ist, äh, shit, sag ich jetzt mal, auf gut Deutsch. Ich mache mir die Kiste auch schon mal frei. Gönnen sie mir aber erst, wenn ich meine Hauptgruppe habe. Ah, ein neuer Falter, ein Todesfalter. Vom Namen her würde ich sagen, du kannst irgendeine Technik, die One-Hit ist. Der Wirbelwind. Oh, den hab ich lange nicht mehr gesehen. Ach gut, ich nutze den ja auch so selten, ne? Cool, wie das, äh, UFO danst, ne? Autschen! Der spuckt Kristalle in unsere Richtung. Da muss ich erst meine AP-Banane futtern. Und noch ein Wirbelwind. Reichen gelernt. Sing raus, um den Gegner schwärzen und Freunde auch etwas zu verletzen. Danke, Mirko. Ja, gut, dass du uns die Ohren voll gereicht. Irgendwas riecht gut. Endlich, pettest ihr auf. Ich benutze ein neues Shampoo. Selbstgemacht aus Siegen, durch Erdbeeren, Honig und Katzenstreu. Selbstgemacht? Was du alles kannst. Ja. Moment mal, Katzenstreu? Oh nein, mir ist die Geheimzutat rausgerutscht. Verdammt, ich wüsste, äh, ich wusste, dass es mir diese Geheimzutat rausrutscht. Ich wollte doch, dass niemand weiß, dass ich Katzenstreu nutze. Ja, ne, Gott, Level 25 erreicht. Den Falter, Honig, den mochte ich ganz besonders, ne? 200 AP-Banan! Ja, jetzt machen sie 100 AP. Okay, jetzt muss ich sie wenigstens nicht mehr steigern. Vor allem, dem müsste ich 250 futtern. Ich hab bitte wie viele nochmal gerade gefressen? Äh, ich gucke da nochmal rein. Warte mal, Sicherheitssaiber, dann muss ich, äh... So, jetzt muss ich da nicht im Nachhinein nochmal reingucken. Wieder im Bremen, Banschies. Ich, äh, geh jetzt gar nicht mehr an die Bananen. Oh Gott, es will nie, Rauben MP! Richtig fies! Autschen! Und er macht einen Ohrwurm. Immer dieser nützliche Stein, ne? Ja, der Blitz reicht aus. Ich könnte noch MP-Bonbons steigern, wenn ich wollte, aber... Ich denk mir gleichzeitig auch, wozu? Sie heilen schon bald mehr als das Maximum. Ich kann es noch immer nicht fassen... Was? ...dass ich der dunkle Fürst war. Meine Taten als der dunkle Fürst lassen schwer auf meinem Herzen. Ich habe so vielen Leuten Leipzig für lauter schreckliche Dinge getan. Du kannst dich also an alles erinnern? Ja, schrecklich. Doch, ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Ich konnte in der Tat noch zusehen, wie der dunkle Fürst dieses Land plagte. Das war sicher nicht leicht. Okay, Kai weiß also, was er tut. Oh, Miniboss! König Schweifung, Prinzessin Sven! Ah, eure Bosse nochmal! Das hätte doch wohl bis nach dem Essen warten können. Oh je, oh je! Kraft Rave Golem! Gold Sven! Er ist schon wieder ein Gorilla. Ach, ich muss den Autokraft noch ausmachen. Naja, ich wollte so oder so die Barriere nutzen. Und eine Zugabe für Yannick! Ach, warte mal. Ich könnte ihn doch nochmal eben kurz streuen, ne? Zum einen MP. So, und... Eigentlich will ich nur ihn gebufft haben. Und euch beide mache ich den Schutzstreuer damit ihn nicht stirbt. Weil ich habe das Gefühl, ihr würdet recht schnell sterben. Neue Technik! Ausweich Künstler! Wir sehen es nicht richtig! Er ist nach hinten gesprungen. Okay. Eventuell sehen wir es nochmal. Meine Barriere macht ja einfach nur, dass ich weniger Schaden kriege. Äh, ich mache mal erstmal hier den Rave Golem weg, ne? Weil der eh schon fast tot ist. Golem schon mal down. Ein liebes Lied! Ja! Alles in Ordnung? Mächst du ihm? Ich bin so aufgeregt. Genau deswegen habe ich den den Schutzstreuer gegeben. Schön, dass du immer einen Schaden machst. Das Witzige ist, er ist immer noch nicht der schlechteste Kamerad, den ich hatte. Äh, ich sage nur Schmilko. Der die Gegner einfach nur beleidigt hat. Und er macht wieder diesen Hinterrücksangriff. Nach langer Zeit. Zugabe für Yannick! Das ist das Beste, was passieren kann. Aber jetzt ist er tot. Wir leben noch! Vielen, vielen Dank! Wir waren siegreich. Äh, die Bonus-Erfahrung darf man extrem haben. Mann! Die haben sich aber wieder, äh, gut bestehen lassen. Mein königliches Antlitz! Endlich habe ich es wieder! Ich bin zuvor Freude von einem Bein aufs andere hüpfen, Papa! Du warst wieder einmal die Rettung in Person. Vielen, vielen Dank! Mach diesen dunklen Fürsten zunichte! Oder besser gesagt, den dunkleren Fürsten. Der Kampf ist noch nicht vorbei! Aber ich bin mir sicher, dass du jeder Herausforderung gewachsen bist. Viel Glück! Bis bald! Und, äh, ich tippe mal darauf, da das die Bosskämpfe waren. Als nächstes der von nebenan. Eventuell. 1700 Leute! 560 und 260. Also, es sind halt immer nur so 20 Boost, ne? So, wir haben Stufe 50 mit dem Pferd erreicht. Ich will was sehen. Ultimative Freunde. Wir haben 2 gelernt. Wird die Chance auf Beruhigung durch Viren? Also, jetzt ist das normale Viren hat sich sogar nie gezeigt. So, was hat die Spielhalle zu bieten? Näh. Golem Steak für unseren Dave. Gorilla Shake für Sven. Und das Gummi-Alien darf Maxim probieren. Das andere krieg ich. Weil Yannick mag das ja nicht. So, und wisst ihr was, Leute? Ich beende das hier jetzt schon. Wir machen mit den anderen beim nächsten Mal weiter. Die Outro-Musik, die ist auf jeden Fall richtig nice. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Zeit mit dem Stream beziehungsweise mit dem Video auf YouTube. Wenn ja, Follow auf Twitch da lassen, Abo und ein Like auf YouTube und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.